Heyho, hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Doom 3 mit mir, dem Don Lehn. Und wir werden wie versprochen Transportverachter fahren. Einfach toll, das macht doch Spaß. Oh, ist das aufregend. Das geht mehr ab als jede Achterbahn. Da geht's wieder in den Tunnel rein. Und wir halten an, die Tür öffnet sich. Und weiter geht's. Höhleneingang. Erstmal hier ein bisschen hintenrum umsehen. Da könnte auch noch irgendwas versteckt sein. Irgendein Rüstungsfragment oder Munition. Gut, da unten. Naja, wir nennen uns der Höhle. Der Höhle des Grauens. Der Höhle zur Hölle. Also. Standort 3 wird verlassen. Und es geht zur Ausgrabungsstätte. Zum Ausgrabungstransport. Aha. Sieht schon schön aus. Okay, das könnte ja was werden. Nein. Ach, verdammt. Bumm. Gut, der hat mich fast angesprungen. Ja, kommt ruhig. Okay, das bringt mich so viel. Ich verwende die praktischen Explosionsfässer wahrscheinlich etwas falsch. Ja, Leute, wir nehmen einfach hier die Granat, würde ich sagen. Wenn ich sie denn finde. Ihr seid doch nicht so intelligente, kommt von mehreren Seiten, Mann. Ey, nein, das darf doch nicht wahr sein. Na, ich bin so doof. Also. Höhlenbereich 1. Zweiter Versuch. Also. Also direkt zu den Granaten wechseln. Es ist halt auch so dunkel dort da. Weiß man nie von wo die kommen. Die können sich ganz clever anschleichen. Ja. So. Dann zeigt euch mal. Da hinten kommt eine hübsche Spinne. Also machen wir das einfach durchgehend. Da wird eigentlich nichts schief gehen. Wollte ich mal sagen. So. Nein, Mann. Darauf habe ich keinen Bock. Bumm. Bumm. Ja. Das Geräusch mag ich. Das Geräusch sterben da viel beinah. So. Gut, ich glaube, das war es erstmal. Und hier gibt es noch ein paar Leckerlis für uns. Sehr schön. Hm. Alles schön absuchen hier, Leute. Hier könnte es immer irgendwas Interessantes geben. Wie zum Beispiel. Fässer zum in die Luft jagen. Und sich selbst Schaden zuzufügen. Ich mach's vor. Ihr müsst nachmachen. Ganz einfach sowas. So, jetzt gehen wir hier hoch wieder. Was heißt wieder? Letztlich mal. Da kommt jetzt ein freundlicher Entgegen. Der Höhlenwächter höchstpersönlich. Und da sind einige Forscherkabinen und Mitarbeiterkabinen. Was soll die Scheiße hier? Gut. Der Krach, diese kleinen Typen, die wir machen. Glück gehabt, dass ich jetzt schon nachladen musste. Da hinten kommt auch wieder einer. Bumm, 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 bumm. Komm her! Und da ist noch einer. So, er ist weg. Hm. Entwickelt. Okay, wir dürfen rein. Aha, ein paar Spinde. Fast so wie vor dem Sportunterricht. Da hab ich irgendeinen Quieken gehört. Babys? Babys sind ganz gefährlich. Ja, hier deckt ihr das an. Wartet ihr uns? Kommt ihr was? Nein. Noch nicht. Noch nicht. Das ist nur eine Frage, ihr erzählt in Doom 3. Ach, die Türen quietschen so schön. So schön verheißungsvoll. Das war eine Fall. Dieses Skeletz sollte nur ablenken. Oh Mann, ich dachte, er rennt da rum. Intelligente Gegner hier, muss man sagen. Ja, ich hab ein Fenster eingeschossen. Ich bin der mächtige Doom-Guide. Letzte Überlebende. Der uralten Teleportations-Zivilisation. Schießt Scheiben ein. Oh nee. Auf dich hab ich jetzt gar keine Brücke. Gar keine Brücke. Oh, du bist so ein Nervensack. Wie sie jetzt einfach so viel Leben abgezogen hat. Mit ein paar kleinen, läppischen... ...Chain-Gang-Schüssen. ...Chain-Gang natürlich. Ich sag wieder schön Gang, anstatt Gang. Ja, ich werfe einfach eine Granate, wenn die alles zusammenstürzt. So. Geht einfach drauf. Boom. War zu spät. Ah doch, ich glaube, es hat die noch erwischt. Oh ja, gut. Und wir sollten hier echt vorsichtig sein. Etwas vorsichtiger. Ich nenne mal die Chain-Gun. Über das Skelette. Das Fleisch wurde von dem Knochengerüst geschält. Hier muss wirklich ein wütender Dämon getobt haben. Schöne Sound-Effekte. Nein, nicht du. Auf sich habe ich gar keine Lust. Hinter uns niemand. Aber ich höre kleine Pisser. Gibt es im Peace? Ach man. Jetzt bin ich da gerade reingerübt. Weg. Oh man, ich renne schon wieder sein Feuer. Achtung, da kommt noch was. Da kommt noch was. Aber es ist schön zwölf Leben. Vorsichtig sein jetzt, Leute. Gut, jetzt weg. Okay, ein BD-Kit. Hm, 32 Leben. Immerhin, da gibt es Munition. Oh nein. Nein! 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 Ja komm stimmt doch. Okay wir haben hier. Alles was zu kleben. Geh wir zurück die FD schon. Müsst ihr doch noch ein bisschen was haben. Oder hab ich sie grad vorhin aufgebraucht. Ich weiß nicht. Ach du Scheiß. Ich wollte dir doch nur ein bisschen Leben holen, nicht euch! So, okay. Im letzten Moment haben wir noch Fette gemacht. Ah, oh Mann. Nervenkitzel pur. Null. Verdammt. Na dann. Mit 21 Leben nähern wir uns dem Ursprung der Hölle. Ja. Dem Ursprung einer Übelzieher. Denn hier unten wurde wahrscheinlich als erstes die Hölle losgelassen. Okay, hier sind auch einige... Was? Ich laufe... Bin ich eigentlich besoffen? So, jetzt kommen wir. Nur noch die Spinne. Hinter uns ist die Luft rein. Fünf Leben. Ich speichere kurz, damit wir nicht nochmal alles von vorne machen müssen. Im Falle eines vollkommen unvorhergesehenen Todes. Bei diesem Lebensbestand. Ach ja, okay. Das ist natürlich gut. Mann, bei diesem Tür-Sound-Stigma tatsächlich, dass hier gleich irgendwas spawnt. Aktiviere den Wartungslift, um die unterne Ebene der Hölle zu erreichen. Oh, cool. Da geht's runter, Leute. Da geht's runter. Da wollen wir auch auf jeden Fall runter, oder? Dann müssen wir erst mal den Lift aktivieren. Aha. Dort geht's noch nicht rein. Das heißt, wir müssen auf das Dach kraxeln. Leiter. Oh, den... Ah, Fischkopf. Was? Ey, wieso? Wo? Wie kommt der auf einmal hinter uns? Das ist natürlich toll. So, weg mit hier. 30 Leben, ist das denn ernst? Ich bin gerade eben noch unglaublich viel Leben. Unglaublich viel. Ich bin volles Leben. Was war das gerade für ein Angriff, Leute? Angriff der Fischköpfe. Tödlich und fett. So. Springen wir da mal drauf. Und dort... Ernst, turft jetzt. Der hat doch gerade durchgeschossen. Wieso ist der da nicht reingekommen? Wahrscheinlich, weil ich gerade gesprungen bin. Hätte wohl einfach nur reinlaufen sollen. Wie soll mir jetzt wieder nur 5 Leben? Ah, weil ich nur nicht... Weil ich kurz vor der Hälfte gespeichert habe. Natürlich. Gut. Ausfahren, bitte. Die Leiter eine tot. Alter. Ich dachte, der wäre schon tot. Man sieht hier halt auch einfach gar nichts. Gut. Nächster Versuch. Leben, leben, leben. Und bitte einmal Leiter, klettern. Ich stelle mich jetzt einfach hier hin. Über uns, ja natürlich. War's das? Bitteschön. Dankeschön. So, da gehen wir jetzt hier rein. Natürlich, so geht es. Und der Eingang ist offen oben. Abtransport große Artefakte. Beendet 7.38 Uhr. 8 Uhr, letzter Artefakttransport. 12 Uhr Transportcontainer. 18.30 Uhr Abtransport. Tragbares Gerät. Mhm. Da haben sie einiges gefunden. Die Marsarchäologen. Das finde ich echt interessant. Das ist der spannende Part von der Story, meiner Meinung nach. Und ich finde es auch cool, dass sie sich das einfallen lassen haben. Mit dem letzten Überlebenden der wahrscheinlich weit entwickelnden Zivilisation, die uns hier eine Warnung hinterlassen hat. Der letzte Überlebende sind wir. Gefällt mir. Und das reimt sich auch noch. Um alles zu unterstreichen. Da war wieder ein schönes Zischen, ein Quietschen. Ein leidvolles Quieken. Und hier, also man merkt, hier ist die Atmosphäre schon um einiges gruseliger. Lastentransportprotokoll. Einzelheiten-Ladeliste. Diese Ladung enthält verschiedene kleine Artefakte, die im Forschungsbereich der unteren Ebene verpackt wurden. Aufgrund des Abriegelungstermins ging die Verpackung übereilt vonstatten. Jedoch sollte der Schaden minimal sein. Autorisiert von Koordinator Bill Kirtley. Aha. Tja, ein ganz normaler Bericht. Und hier haben wir ein weiteres Skelett und Spinnen. Was? Stimmt doch schneller. Jetzt habe ich aber doch Ansprüche hier, ne Leute? Und sie springt, ich weiß nicht. Wir waren schneller. Wir haben sie schon umgebracht. Wir haben sie nicht umgebracht. Wir haben sie sanftmütig in die Welt der Toten befördert. Haben wir den Lift nicht gerufen? Achso. Wir haben die Liftrufstation aktiviert. Gut, jetzt kommt der und natürlich kommen auch böse Viecher. Wir haben unseren Erfolg wieder. Oh nein. Verdammt, ihr bist hoch. Bitte nicht. Jetzt ist es wieder unten. In der Ernst, Leute. Hey, so ein dummer Scheiß, Mann. Wieso bin ich... Es tut mir echt leid. Ich dachte, wir wären hier bei Doom und nicht bei Dark Souls oder so. Da muss ich echt bei jedem Scheiß aufpassen. Aber es ist eigentlich gut. Ich meine, ja, ich habe Veteran ausgewählt. Und es liefere ich bisher auch gut, aber es ist in den letzten Levels einfach fies. Wirklich fies. Verreckt doch. So, wir hängen da nicht so rum, nur Fischkopf. Die sind wie so wirkliche Ballons. Wenn man die ein bisschen anstupst, ja natürlich, mit so Feuer, mit dem Feuer in einem Plasma-Gang stupst, man die nur an, Leute. Dann werden die gleich so weggedrückt irgendwie. Dann schweben sie da so ganz gemächlich rum. Wie Ballons. Ballonköpfe. So, Medizin. Die werde ich mir wieder mal richtig reinziehen, die Medizin. Da gibt es wieder einige wichtige Gegenstände. Und hier holen wir den tollen Lift, der so rumquiekt. Wie giftiges Gift. Da sind wir, die hochverehrten Spinnen. Aber auch mit von der Partie. Ja, gut, danke. Und du gehst auch drauf, wie es sich gehört. Und die zweite. Und eine ist keine. Sehr schön. Lass mich rein. Oh, Mann. Okay. Nein, Mann. Darauf habe ich keinen. Alter. Das ist doch scheiße, sowas. Das ist doch scheiße, sowas. Ich bin empört. Dolene ist empört. Na gut. Okay. Ich nehme einfach den. Ich habe halt keinen Bock, immer den Zollkipp zu benutzen. Das ist so einfach. Aber die Fischköpfe, weil ich jetzt mit dem Beefski habe. Für die habe ich jetzt keine Geduld. Natürlich trifft. Ja, cool. Das war hier direkt verreckt. Beefski hat schon was, muss man sagen. Aber die Spinnen werde ich damit auch niedermelden. Das macht doch Spaß. So. Und den Aufzug rufen. Wie immer gibt er seine wundervollen Geräusche von sich. Jetzt soll er gerade wieder hochfahren. Aber das geht leider nicht. So, kommt mal her. Ach, verdammt. Nachladen gefällt sich auch noch. Das ist keine Verschwendung, meine lieben Zuschauer. Überhaupt nicht. So, die letzten werde ich ganz genüssig abschießen. Wie es da rumläuft, guck ich das an. Das Leben der Knochenspinne. Knochenspinne, weil ihre Beine so knochig sind. Und da läuft sie hin und her. Der Alltag gestaltet sich sehr öde und eintönig. Oh, sie hat einen anderen Rhythmus eingeschlagen. Ein anderes Gehmuster. Ein anderer ewiger Kreislauf in der Dunkelheit. Sie bewegt sich schon irgendwie so ekelhaft, ne? Nicht wahr? Immer so, so etappenweise. Ich lauf kurz. Ich lauf kurz. Ich lauf kurz. Ich lauf kurz. Roboterhaft. Boom. Jetzt ist sie erschrocken. Oh, und sie findet uns nicht. Irgendwie ist sie wüsst, wie sie da rumläuft. Und sie ist tot. Da kommt die Nächste. Mal gucken, was die hier vorhat. Ah. Schon ekel, solche Viecher, muss man sagen. Aber irgendwie sind sie auch witzig. Einfach putzig. Gut. Tot. Ah, da oben. Da liegen ein paar Pakete rum. Von denen werden wir auch nicht schlauer. Da bleiben wir dumm. Okay. Jetzt BFG ausrüsten. Und der Welt guten Tag sagen. So. Boom. Und jetzt kommt der andere Kollege. Und der überlebt natürlich BFG-Feuer. Zwei Schüsse aber nur. So ist das gerecht. Okay. Wir haben aufgeräumt. Die BFG regelt. Da kommt unser Lüft angefahren. Ganz gemächlich. Und hier sind wieder mal ein paar Runen auf dem Boden gezeichnet. Oder auf dem Boden gebrannt. Zugang zu den unteren Ebenen. Zugang, Zugang. Ich kann nicht gescheit gehen. Motor im Lerlauf. Lift. Bremsen aktiviert. Das freut mich. Nicht, dass wir hier runter schlittern. Wir schlittern hier oft genug in dem Spiel. Aber so schlimm ist die Scheibe auch nicht. Wir sind halt einfach schnell. Es war nicht so schnell wie im neuen Turm oder in den alten Teilen, aber auch schnell. Und das da unten sieht aus wie fließende Lava ein bisschen. Oh je. Wo führt uns dieser Weg hin? Wo führen wir uns selbst hin? Ach. Dort oben das Leben. Und dort unten, wo wir hinwollen. Einfach nur Tod. Und Verderbung. Was soll das jetzt hier, mein Freund? Bitte nicht auf mich schießen. Die Quelle durchschießen. Weißt du was? Auf den hab ich jetzt keine Lust. Tu es. Dankeschön. Blöder Sack. Und er speichert. Ja gut. Vor diesem Höllenstrom werde ich die Part beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Doom 3, Leute. Macht's gut und schaltet wieder in euer Don Lehn. Ciao.